Und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück an dich zur nächsten Folge Überleben in der Minecraft Version 1.11. Wir joinen direkt wieder drauf, turtlecraft.de, joinen direkt wieder drauf, melden uns an und sind wieder da. So, wir hatten in der letzten Aufnahme ein kleines Problem, ich hab ein bisschen gefarmt und ja, dann war die Aufnahme futsch. Äh, ja, wo war ich? Hier, ich bin ja hier oben, kann ja ganz kurz zeigen, hier bin ich irgendwo gestanden. Aber hier bin ich gestanden, hier hatte ich mir in der letzten Folge eingebaut, so offscreenmäßig, dass mir nichts passiert. Dann bin ich hier runter, war zuerst da unten, hab dann gemacht, bin zu tief, hab mich dann hier reingegraben und hier dann gemerkt, hier, ich hab Eisen gefunden, hier haben wir die zwölf Eisen, ja und dann war die Aufnahme weg. Super. Also, dementsprechend würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal, wir gehen mal nach oben. Und hab ich Holz dabei, ich hab sogar ein bisschen Kohle, da kann ich mir sogar mein Pickaxe-Gedöns hier unter der Erde machen. Geht mal davor, da ist ein bisschen Platz. Können wir Eisen-Sachen machen? Ich mach mir ein bisschen Platz noch nebenhin. 13, ja die Pickaxe ist eh gleich kaputt. Hab ich alles, was ich für brauch? Natürlich nicht, also muss doch nach oben. Super. Ja, toll. Und ja, ihr liest es schon im Titel, wir haben eine Mega-Ankündigung und zwar, wie sehr seid ihr gewohnt, drei Videos in der Woche von mir. So, heute, wenn ihr das seht, ist der 25. Dezember, also gestern war Weihnachten, übrigens noch nachträglich frühe Weihnachten. Und ja, jetzt in der Zwischenzeit bis zum 30. Also jetzt fünf Tage, seht ihr von mir jeden Tag ein Video. Es geht jeden Tag um was anderes, also es wird nicht immer das gleiche Spiel sein, so von wegen, ich zeige euch halt mal eben, warte mal, hab ich das nicht mitgenommen, so von wegen, ich zeige euch halt mal eben, äh, fünf Folgen überleben in der 1.11a-Version oder so, sondern es geht immer um was anderes, können auch mal, so, sorry, bin gerade ans Mikro gekommen, äh, können auch mal andere Sachen sein, außer ein Spiel, wie zum Beispiel ein Tutorial, was zum Beispiel geplant ist, ein Photoshop-Tutorial aktuell, da muss ich aber noch gucken, ob sich das umsetzen lässt, wenn ja, dann seht ihr das hier auch. Und ja, soviel also dazu, und ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Und ich will davon ja noch in die Schlucht, da rein, die ihr jetzt oben hier an der Karte seht, hier, seht ihr ja die Schlucht, da will ich noch hin. Und, ich bin mal gespannt. So, war hier nö, ich gehe wieder runter, habe ich ein bisschen mehr Platz für das ganze Gedönsel hier. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wie sieht es bei euch so weihnachtenmäßig aus, also bei uns gestern irgendwie so richtig in Weihnachtsstimmung war irgendwie noch gar keiner, denn, ja gut, bei ungefähr 8 Grad und Sonnenschein, da bist du jetzt nicht unbedingt so weihnachtsstimmung. Und, ja gut, wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie war es bei euch so mit Weihnachten, und, ja, wir warten mal, bis das hier der Eisen fertig ist, ich trinke dabei noch was, ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin zu sein ein bisschen krank. Zwei sind fertig von drei, ich habe die Workbench jetzt hier mal mitgenommen, habt ihr nicht oben stehen lassen, einen brauche ich noch. So, drei haben wir, kann nicht mal ne Eisen-Pickax machen, und super, würde ich sagen, wir farmen hier einfach mal weiter, in der Hoffnung, vielleicht doch irgendwann noch Diamanten zu finden. So, gucken wir mal nach, ist hier irgendwas, ne, hier ist nur Stein. Und hier ist nochmal Cola, das ist auch ganz gut für den Ofen. Ihr könnt mir übrigens auch mal über die Kommentarfunktion einfach mal, äh, äh, Resource-Packs empfehlen, für die 1.11. Ganz wichtig, für die 1.11, ich habe ja schon mal gesagt, ihr sollt mir Weiche empfehlen, letzte Woche, da kamen auch Weiche für die 1.8 dazu, aber, das, äh, sind es dann nicht die, die ich brauche, denn, das Ganze hier ist ein 1.11-Projektor, super, super, habe ich einen Block falsch gesetzt, da nutzt mir ein 1.8er-Pack überhaupt nichts. Also bitte nur 1.1 und vielleicht Weiche, die auch noch ganz gut aussehen. Gut, soviel dazu. Aber ich sage, machen wir immer mal weiter. Und ihr könnt auch schon mal gespannt sein, ob ihr dieses Video hier in 60 oder 30 FPS, beziehungsweise 50, bin ja jetzt komplett umgestiegen auf 50 statt 60. Denn, ja, ich bin mal gespannt. Dann kommt auch die Audiospur drauf an, wenn es mir die Audiospur zerlegt, muss ich es mit einem anderen Programm nachbearbeiten, das kann keine 60 FPS. Ja, ich weiß, habe man wieder Splitsche gekauft. Aber ansonsten eben in 50. Ich renne mal ganz kurz hier vor, gucke mal nach meinem Öfchen, Öfchen. Öfchen, Öfchen, ist das ein Wort? Ich habe gerade irgendwas im Hintergrund gehört. Also mannschaftsmäßig. Egal. Ich würde sagen, wir können ja auch mal, wenn wir hier, ihr seht oben rechts, ja nochmal ein, super. Das nehmen wir doch direkt mit. Ihr seht oben rechts auch auf der Map, so jetzt rechts. Okay, hier was? Das sind Zombies. Dann grabe ich mal lieber nur so, dann sehe ich immer so ein bisschen vor, dass ich mich da mal rechts rüber baue, wo die Lava ist. Eventuell finden wir hier was zu restern oder so. Nein, ich grabe mal, ich mach mal hier so. Gehen wir mal gucken. Vielleicht finden wir hier irgendwas Interessantes. Vielleicht sogar Diamanten, denn auf der richtigen Höhe sind wir. Aber ich bin komplett falsch, dann ab in die Kommentare damit. So, einmal hier, da hat es alles abgebaut. Es ist für mich jetzt nur, weil ich ja, wie gesagt, mit der Audiobearbeitung jetzt das Ganze ein bisschen anders mache. Unter anderem auch die Musik anders dazu. Das ist jetzt für mich doch eine Umstellung. Du bist die Höhle. Wieder unten. Ne, da ist es nicht. Jetzt sieh. Dann gucke ich doch mal höher. Okay, hier ist noch safe. Kann ich mich hochbauen? Wo ist das hier die richtige Höhe? Ich glaube schon. Oder ist Gold. Kann ich das abbauen, ohne dass ich direkt, weil Lava und so ist ungesund und so, wisst ihr vielleicht. Und da hätte ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, auch keine große Lust dazu. Die Lava ist hier. Es gibt irgendwie so ein paar, ja, ich sag mal, zwei, drei so kleine Dinge, in denen wir in Meinschaft irgendwie Angst passen. Also einmal du machst eine Wand auf der Hintergrund, da ist direkt Lava. Das ist sozusagen das Arschte. Und das zweite ist irgendwie, du fällst irgendwo rein und da sind Viecher. Okay, ich habe gerade eine Fledermaus gehört, ich weiß nicht, ob ihr die aufgehört habt, die war es nicht leise. Ist das am Ende hier im Hintergrund? Alles klar. Direkt, instant, ne? Stirb, blödes Piepe-Ding. Instant mal, was ist das hier oben? Oh, Zombie, super. Komm her. Ey. Junge. So, jetzt ist hier aber mal Ruhe, ihr glaubst gleich, glaub sagt. So, die Frage ist es nur, ich muss mir unbedingt, weiß, glaube ich sofort, dass ich mir hier irgendwie einen Punkt setze, wo ich rausgekommen bin. Hier. Aber ich würde sagen, das Ganze, ja, Zeit passt ungefähr 8 Minuten. Würde ich sagen, das Ganze machen wir nächstes Mal fertig. Wenn wir sind schon wieder hier bei 8 Minuten 20. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. Tschüss.